Wir mussten die Kamera schon so einstellen, dass der Tom dann später auf dem Display ist. Und da ihr das ja alles so toll fandet und ihr unbedingt sehen wolltet, wie der Tom geschminkt wird. Bin ich jetzt immer noch so geschminkt, wie der Tom mich geschminkt hat. Und ich werde den Tom genau so schminken, wie er mich geschminkt hat. Das heißt mit denselben Farben. Aber nicht so komisch da oben an den Augen. Mal gucken, wie das dann wird. Und ja, wenn ihr so komische Verachter seid, dass man kleine Kinder nicht schminken sollte, finde ich direkt auch so wie ihr. Aber das ist ja nur heute für so ein Video. Und da passiert ja nichts, weil wir ihn direkt danach wieder abschminken. Weil er läuft ja nicht wie ein Mädchen draußen rum. Weil er läuft ja nicht wie ein Mädchen draußen rum. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Also, wir fangen genauso an, wie der Tom bei mir angefangen hat mit Make-up. Also machen wir ihm erstmal schön die Haare aus dem Gesicht. Tadios, Tadios. Und machen ihm... Boah, das fühlt sich eklig an. Ja, warum Frauen sich sowas antun, ne? Das fühlt sich an, als würde man sich kackeln ins Gesicht. Hast du das schon mal gemacht oder woher weißt du das? Nein. So, und jetzt kommt... Da kommt die Lantran. Boah, das sieht das eklig aus bei dir. Indiana. Ninja. Ja. Auf die Koffer. Ninja. Ninja oder Ninja. So. Und jetzt kriegt der Tom auch noch Puder. Guck mal. Damit du richtig schön eklig ausgehst. An die Lippen macht richtig viel. Auf die Lippen? Und jetzt kriegt der Tom Blasch. Natürlich denselben, den er mir auch drauf gemacht hat. Verdammt. Boah, krasser Scheiß. Wie das aussieht! Und jetzt kriegt der Tom natürlich auch Bronzer. Und der Kamerammer ist gerade weiß. Da ist ein Blitz geguckt hinter. Boah, schön, wie das alles staut. Oh, das stinkt! Machst du mir das auf die Nase? Naja, warum nicht? So, und jetzt kriegt der Tom natürlich auch Lidschatten. Verdammt. So, erstmal den hellen. Hm, das sieht aber schön aus. Das glitzert. Ich finde ja, der Tom hat einen ultimativen Lidgang. Irgendwie kann man den dann richtig gut schminken. Und dann fällt es sich jetzt schon aus, als wäre ich eine Frau. Da können wir ja eigentlich direkt so ein Schmink-Tutorial draus machen. Ihr gebt also zuerst den hellen Lidschatten auf. Dann gebt ihr bis zu der, ähm, bis zu dem, hier halt draußen, äußeres Drittel von dem Auge oder sowas. Im Auge juckt's nicht. Echt? Dann gebt ihr das hellere auf und ganz außen, gebt ihr dann ein lila, guck mal hoch, gebt ihr dann ein lila als so v-förmig auf. Das gibt dann den ultimativen Cat-Eye-Blick. Sag mal hier. So, dann könnt ihr unten am Lid noch ein dunkles Braun aufgeben, guck mal hoch. Und mit den Augen hochgucken. Ich mach nichts, ja, genau. Oh, das geht's nicht. Und auf dem anderen Auge natürlich nicht vergessen. Dann könnt ihr damit noch so etwas wie ein Lidstrich machen. Jetzt verschmierst du alles. Mach mal zu. So etwas wie ein Lidstrich ziehen. So, das sollte es dann mit dem Augen-Mack-Up gewesen sein. Und dann könnt ihr natürlich noch die Wimpern tuschen. Davon nehme ich die I Love Crazy Extreme Mascara. Richtig schön verbatten, sodass man danach nicht mehr die Augen aufmachen kann. Ist ja alles gar kein Problem. Ziemlich veräppelt. Ziemlich veräppelt. Und der Tom, da bin ich ja immer wieder eilversichtlich drauf, hat so schöne lange Wimpern. Und das sieht so schön aus. So richtig ultimativ. Das ist doch unglaublich, warum haben Männer immer so geile Haare und lange Wimpern. Wenn du später mal deine Freundin fragst, ob du dich schon mal geschminkt hast, dann kannst du sagen, ja, kannst du dir sogar angucken. So, wow, sieht das geil aus. Jetzt hab ich den Lippenstift. Ja, den hab ich ja fast vergessen. Der Tom wollte ja bei mir unbedingt so einen richtig hellen, knalligen Lippenstift haben. Und den verwende ich natürlich beim Tom auch. Was hast denn du mit ihm gemacht? Nix. Doch, du hast ihn nicht richtig reingedreht. Ja. Also, mach der jetzt so. So. Und wir geben den Lippenstift drauf. Oh. Zähne angefangen. Mach mal so. Ja, genau. Wie so eine alte Oma. Ja, genau. Wie so eine alte Oma. Nee. Wie cool, oder? Mensch, sieht das Hammer aus. Hammer, mir alle hat. Was hast denn du jetzt gemacht? Was ist denn? Was ist denn? Und da es nicht schön genug war, gehen wir jetzt natürlich direkt abschminken. Beziehungsweise erstmal zur Mama einen Lack testen. Ding mal. Ihr Gesicht, der Hammer. Hat er sich jetzt selbst geschminkt? Nein. Das sah voll geil aus. Und dann macht er so. Jetzt zeigen wir das natürlich auch noch. Warte. Jetzt zeigen wir natürlich auch noch den Bandus-Ergebnis. Komm mal her. So. Mein anderer Bruder. Sieht aus wie so ein Rockstar, Alter. Ich schwöre. Der ist die DC. So, okay. So, und jetzt gehen wir beide ins Bad und schminken uns ab. Kann ich mich auch einfach abnehmen? Ja, ich helfe mir jetzt ab. Ja, wir gehen jetzt ins Bad und schminken uns ab. Peter muss die Zeit nehmen. Genau. Mach die Augen zu, vielleicht ist. Mach erstmal deine Augen ab. Ja? Mach erstmal deine Augen ab. Genau. Und jetzt kannst du das Wasser abwaschen oder du willst ein Wasserlamm haben. Also, Kopf unter Wasser. Nein. Jetzt soll ich dir mal eine Spange ins Haar machen. Also Leute. So, wir waschen uns jetzt das Gesicht ab, weil der Tom die Krise kriegt. Und wir sehen uns dann ungeschminkt wieder. Ne, das tun wir nicht. Wir sagen jetzt schon Tschüss. Tschüss.